und dann führt der bot irgendwas aus beschäftigen aber wichtig war mir zum beispiel dass er dass er das in im discord postet okay das war es davon das letzte bilder rätsel waren gefühle im malen das ist in der tat ganz cool bei dem alten war das problem dass der wenn zu viele und viel zu viel als wenn zu viele irgendwie waren er selber probleme gehabt und das war eigentlich eine bezahlte also eine premium irgendwann ein premium draus gemacht bin also ich hatte irgendwann mal diesen bot gekauft für ein jahr oder so da habe ich festgestellt brauche ich überhaupt nicht und dann ist das quasi in diese in diese kostenlose version gegangen aber die funktion ist irgendwie da geblieben aber halt nicht so richtig deswegen war der nur so so semi semi gut dadurch dass es eingestellt war war es quasi noch so ein premium premium ding was immer weiter weitergegangen ist aber ohne dass ich dafür bezahlt habe also eine option die man irgendwie nicht ausschalten konnte dann aber ja das hat mich der bot hat irgendwie 80 euro oder so im jahr gekostet und jetzt gibt es den halt kostenlos und der bot hier kann genauso viel man muss es halt nur einstellen was ist denn das oder straße bin ich jetzt komplett lost ach du lieber hinter mir so großer baum hinter mir leute das war zwar zwar auch neu so somit event abgeschlossen würde ich sagen 1 2 3 alles erreicht schwerkraft feld ist neuer boss das hier ist eine neue story ok gut dann würde ich sagen machen wir haupt story weiter clean das ist das ist ist es ist Vielen Dank.